Heute ist Mittwoche, der 4. September 2013. Ein wunderbarer Tag, kein Wölkchen am Himmel, strahlend blau, Temperaturen, sommerlich warm. Heute musste ich einen halben Tag frei nehmen. In diesem Wetter muss man einfach raus. Mein Ziel für den heutigen Nachmittag ist die Silseele. Dort wage ich einen Sprung ins kühle, frische Nasse. Der Aufstieg erfolgt hier über den Hundenseil-Wald, über die Stegentritte. Es drückt einem gerade den Schweiss raus. Aber gleich sind wir hier im Hundenseil. Und danach sind nicht mehr so streng. Der Aufstieg erfolgt hier über den Hundenseil-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald. Der Aufstieg erfolgt hier über den Hundenseil-Wald-Wald. Die Schlimmste. Der Unterseil ist vorbei. Jetzt geht es nur noch eben aus. Den Wände der Spitze. Und den Diethelm. die Kanzel mit dem Übergang auf den Hinterhof, den Lauiberg und links davon in einer Mulde wäre dann die Zielseile. So, dann geht's da richtig. Stäge hinteren, nachher weit über die Platte ins Obersied. Anze und Silbertistchen. Vorbei an den Obersied und den Lauiberg Hütte geht's weiter zum Zielseile. Nach anderthalb Stunden ist das Tagesziel erreicht. Ich freue mich schon auf die Abkühlung. Ich freue mich. 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 Ich freue mich.